Guten Morgen Skatfreunde, gestern Abend war es soweit Rocket Monatsmission, das heißt drei Serien A12 Spiele und da habe ich doch wunderbar etwas für die nächsten drei Tage, um euch zu zeigen, wie es mir ergangen ist. Also, um unter die ersten sieben zu kommen und sich damit für das große Rocket Finale zu qualifizieren, braucht es erfahrungsgemäß so ungefähr 1.250 bis 1.300 Punkte, manchmal auch noch eine Ecke mehr, manchmal eine Ecke weniger, aber als Hausnummer brauchen wir schon ein überdurchschnittliches Ergebnis. Trotzdem geht es über 36 Spiele natürlich nicht ganz so rasant zu wie in einem maskierten 12er Rocket, wo nur Ergebnisse größer 500 an sich was bringen. Von daher kontrollierte Offensive, das ist hier die Strategie und im ersten Spiel sehen wir gleich erstmal, wie Spieler 2 hier einen Grand Schneider Schwarz zelebriert und damit die erste Hausnummer und das erste Ausrufezeichen setzt. So, im zweiten Spiel sehe ich aber nicht schlecht aus, hier ein Vorhand, 5 Trumpf und 3 Asse an der Seite. Ich glaube, die größte Gefahr ist hier natürlich bei 22er Reizungen irgendwie Pik Bube oder so zu finden und dann dusselig das Spiel zu verlieren. Ja, zum Grand können wir gegen die Reizung wahrscheinlich ohnehin nicht finden. Also, Herz-Hand ohne 5 und das ist natürlich eine Keulen-By-Karte, ein sehr schönes Spiel in Vorhand. Wollen wir einfach hoffen, dass kein Trumpf drin liegt, nicht jetzt irgendwie der Billigmacher drin liegt. Das wäre ärgerlich. So, und da habe ich natürlich gerade nochmal ganz kurz gezuckt. Wird mir vielleicht Karo direkt abgestochen, nur wenn hin und her gestochen wird, ist so ein Spiel an sich mal leicht zu verlieren. Jetzt ist die Gefahr im Prinzip schon gebannt, denn die Gegner haben ja erst 15 Augen. Selbst wenn jetzt jeder Abstich kommt auf 30 und der Bubenzug mit einer 10 Ladung wären es erst 45 und dann gäbe es noch einen Karo-Stich. Es wird aber nicht mal eine 10 geladen, deswegen habe ich hier also noch deutlicher gewonnen. Und es lag auch kein Trumpf drin, das ist erfreulich, denn so ein Herz-Hand ohne 5, der zählt auch 70 Punkte. Ist schon fast so viel wie ein zweifacher Grand. Oh, und es geht so weiter. Eben ohne 5, jetzt vielleicht ohne 4. 4 Asse, eine 10, keine Farbe zu viert. Und ja, da würde ich mal sagen, das Ding geht an den Start. Und wenn da einer mitreizt, nicht so schlimm, der hat vielleicht 3 oder 4 Buben, soll er haben. Vielleicht hat er auch ein Nullouvert auch gut möglich, wo ich keine 7 und 8 habe. Also das Ding wird auf jeden Fall erstmal bis 48 überprüft. Und dann muss so ein Spiel natürlich einfach funktionieren. Aber das sind natürlich auch Spiele, die du in so einer Entscheidungsserie gerne haben möchtest. Okay, die Findung ist jetzt alles andere als berauschend. Nicht, dass ich jetzt mit noch Buben oder Assen gerechnet hätte. Die Asse habe ich ja schon. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt gerade zwei Viererlängen reinfinde. Ein Kreuz oder ein Karo wäre angenehmer, weil dann die Chance, dass da was gestochen wird, natürlich deutlich kleiner ist. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie machen wir den am besten. Ich denke, wir brauchen schon das Peak Ass. Darauf können wir nicht verzichten. 15 Augen Peak, bin ich bei 36, 47, 58. Ein Bild in Karo oder Kreuz oder dass noch ein Herzbild läuft, dann funktioniert dieser Gang. Also schauen wir mal. Oh, und dann gleich so ein richtig giftiger Aufschlag. Vor allen Dingen deswegen so unangenehm. Erstens ist kein Bild drin, aber zweitens ergibt mir natürlich jetzt die Gelegenheit, hier was falsch zu machen oder auch richtig zu machen. Hinterher kann man sich immer so schön ärgern. Hat jetzt Spieler 2 irgendwie Kreuz Hand gereizt mit zwei Schwarzen und Karo Bube und Kreuz 10 zu viert oder so. Und ich schnippel, dann wird ich irre. Dann sticht nachher Spieler 1 mit einem Buben, obwohl alle Farben gelaufen werden. Nehme ich natürlich raus und es wird direkt irgendwie was gestochen. Dann stehe ich auch relativ dusselig da, weil ich natürlich ein Kreuz jetzt offen bin wie ein Buch. Aber ich habe mich jetzt hier entschieden, einfach meine vier Stiche machen zu wollen. Jetzt mit einem Kreuz Ass rauf, 32 und dann machen wir gleich den Zwischenzug mal mit Herz König. Ah, und das sind doch mal gute Nachrichten. Herz steht zwar auf Abstieg, aber es wird erstmal gewimmelt auf 46. Und jetzt muss natürlich noch das Pik Ass laufen. Uah, ja, 61. 61 reicht. Dann können wir jetzt hier auch noch so ein bisschen rumspielen. Gut, Karo Ass hätte ich natürlich auch direkt ziehen können. Dann ist die Chance am größten. Ah, denn jetzt entscheidet sich Spieler 1 dann doch mal zu stechen. Und Spieler 2 hat offensichtlich dann wohl drei Buben. Er hat wahrscheinlich trotzdem tatsächlich den Null gereizt. Und jetzt war es das mit meinem Karo Ass. Gut, dass ich präzise und zuversichtlich gezählt habe. Dann brauche ich auch nicht mehr schwitzen. Gering ohne vier mit 61 gewonnen. Das ist natürlich ein guter Start bis hierhin, muss ich sagen. Hätte alles dummer laufen können. So ein Spiel kann man ja auch sehr schnell mal verlieren. Deswegen also froh und dankbar, dass Spieler 1 nicht direkt den Herzkönig gestochen hat. Denn tatsächlich, das muss man sagen, war das Spiel wohl dann nicht zu gewinnen. In Karo hätte ich bestenfalls auch zwei Luschen bekommen. In Pik den König, nicht die 10. Also ich komme nur auf 58. Und dann, wenn dann Herzbild gestochen wird, bin ich platt. So, und jetzt habe ich hier wieder 18 versucht. In Mittelhand. Hätte 0 werden können. Jetzt ist es aber doch eher was anderes geworden. Sechs volle. Nun fehlen mir zwei Asse. Aber ich habe hier einen schönen Plan mit 20 Augen im Keller, würde ich mal sagen. Dann kann ich das Ding leicht mit drei Stichen gewinnen. Pik Ass 10 muss natürlich als Doppelläufer kommen. Dann fallen da noch die beiden Bilder. Auf Herzast kriege ich auch, wenn es läuft, zwingend die Dame. Mit anderen Worten, 42 Augen über die drei Beikartenstiche und 20 im Keller sind schon 62. Jetzt zum Karo ohne 5. Der Karo ohne 5 ist natürlich trotzdem noch eine Ecke besser als der Kreuz. Denn Plan B, falls Pik 10 nicht läuft oder eben Herzast gestochen wird, habe ich immer noch die Chance, auf der zweiten Kreuzrunde meine Karo 10 zu verstechen. So, Kreuz kommt raus. Das sehe ich erstmal gerne. Erstens, weil ich jetzt schon die Karo 10 im Sack habe. Damit sind wir ja schon bei 37. Und jetzt brauche ich nicht mal den Doppelläufer in Pik. 48 und Herzast mit der Dame langt ja schon. Vor allen Dingen, es spricht aber auch dafür eigentlich, dass die Karte einigermaßen glatt steht. Und da ist das Spiel auch gewonnen. Das Kreuz auf den Tisch kommt. Wenn gleich Pik rauskommt, dann fängst du an zu schwitzen. Das ist dann meist aus dem Drilling. Und dann sinken natürlich auch die Chancen, noch die Trumpf 10 über eine andere Farbe zu verstechen. Wenn alles schon geklärt ist. Aber auch das Ding geht gut. Also, ohne 5, ohne 4, ohne 5. Drei teure Spiele und ich stehe da wie Gott in Frankreich. Herrlich. Wenn jetzt nochmal irgendwann die fetten Dinger mit Buben kommen, dann bin ich ja gar nicht mehr zu stoppen. So, und da haben wir im fünften Spiel einen Rollmops. Naja, für Passe Passe hätte ich mich vielleicht sogar überreden lassen. Denn Karo As 10 ist natürlich ein guter Ansatz für die Beikarte schon mal. Aber wo wir 18 hören und auch sehr gut stehen, brauchen wir ja hier keine Experimente wagen. Ja, und das haben wir uns natürlich gedacht. Kommt 0 bei raus. Der ist natürlich von unserer Seite am unbeliebtesten. Mit dieser starken Karte hätten wir sicher lieber gegen ein Farbspiel angekämpft. Aber gut, so sei es eben. Kürzeste Farbe, kleinste Karte, dann kommt die Farbe zurück. Nächste kurze Farbe, kleine Karte. Und jetzt mal gucken, kriegen wir Kreuzkönig auf Karo los. Ja, kriegen wir hin. Geht jetzt was auf Kreuz. Oh, es wird versucht von meinem Partner, aber der Spieler hat gar kein Kreuz. Ja. Karo ist tot, Kreuz ist tot. Dann muss er Pik, schmeißt er gerade ab. Dann hat er vielleicht noch ein Problem in Herz. Dann ist es natürlich wichtig, dass ich gegebenenfalls hier mit Pik nochmal irgendwie ans Spiel komme, um dann überhaupt Herz vorsetzen zu können. Deswegen lege ich jetzt hier nicht den König, sondern nur den Buben. Es kann natürlich auch sein, dass der Spieler noch ein paar Pik in der Hand hat und uns da blöffen wollte. Aber das sieht jetzt doch eher nach Herz aus. Ja, muss er an sich viermal Herz haben, ne? Jawohl, so ist es. Mein Partner hat den blanken Herzkönig noch ein bisschen zurückgehalten. Den hätte er natürlich auch im zweiten Stich schon spielen können. Dann wäre das alles schneller gegangen. Aber da hat er erst mal die Farbe zurückgespielt. Ja, Traumstart würde ich sagen. 400 und die beiden anderen noch nicht viel auf der Kette. So darf es gerne weitergehen. Naja, und da testen wir das nächste Spiel. Aber es wird wieder gehalten, also steigen wir aus. Ja, im Hintergrund hört ihr es vielleicht mal. Mein Sohnemann ist natürlich auch an Bord und den habe ich gerade aus dem Wohnzimmer ausgesperrt. Deswegen ist er ein bisschen quenglig. Dürfte wahrscheinlich heutzutage in deutschen Landen ein übliches Motiv sein. Ein bisschen quenglige Kinder, die den Lagerkoller kriegen. Lässt sich nicht vermeiden. Ist bei mir auch nicht anders. Und nach dem Video geht es dann gleich ins Homeoffice. Ja, harte Zeiten, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So, dann habe ich zwei Buben dagegen. Nun wollen wir erst mal gucken, wie dieser Gang aufgestellt ist. Ich denke mal, gegebenenfalls kann ich mit Karo Ass noch was erschnippeln. Vielleicht musste er die 10 oben behalten. Auf jeden Fall jetzt einfach Karo Ass zu ziehen. Das bringt uns sicher nicht voran, sondern lieber mal gucken, ob vielleicht hinten eine Herz 10 freigespielt werden kann. Nein, ist nicht der Fall. Aber der Spieler soll jedenfalls selber noch mal mit seinem Mist antreten. Pik 10 spielt er mir hoch. Na gut. Dann werde ich jetzt natürlich noch mal eine Karo Dusche los. Aber das Spiel gewinnen wir dann nicht. Dann war es zu stark. Karo 10 wahrscheinlich noch gedrückt. Aber das konnten wir nicht ändern. Das ist erst mal ausbaufähig. Und für 18. Na gut. So dolle war die Findung nicht. Man spekuliert ja immer instinktiv dann doch so ein bisschen auf einen Buben noch im Skat, dass es ein Gang wird. So wird es ein Kreuz. Und die Überlegung ist nur, drücken wir Pik 10 Augen oder drücken wir den Karo König mit. So wie es jetzt läuft, wo Pik rauskommt, sicher keine schlechte Idee, den König mit im Keller zu haben. 32 Augen. Ja, Pik. Lusche. Wo ist denn die letzte Pik Lusche? Wo Spieler 2 die Dame liegt. Vermute ich fast, dass die letzte Lusche bei Spieler 1 ist. Oh, und jetzt kommt Herz auf den Tisch. Oder Spieler 2 hat doch auch noch die letzte Pik Lusche und öffnet jetzt die nächsten Drilling. Also jetzt wird es mich ein bisschen bangen um meine Herz 10. Deswegen lieber mal einmal Trumpf oben und von unten. Nicht, dass da noch wie die Herz 10 abgeknackt wird. Das wäre aber nicht passiert. Drum steht zu viert, ist aber völlig Banane. Denn ich mache natürlich noch die beiden roten Vollen. Und Pik Lusche steht tatsächlich in Hinterhand. Und so, immer weiter so. Das wird ja, wenn es so weiterläuft, dann wird das ein Durchmarsch. Dann bin ich bald nach 18 Spielen schon im Ziel. Aber wir wissen alle, beim Skat kommt es manchmal auch sehr dürftig. Also es läuft nicht gleichmäßig die Karte, sondern dann geht es richtig schön wellenförmig. Und ich habe gerade eine sehr gute Welle erwischt. Die hat mich schon mal sehr weit nach vorne oder nach oben getragen. Ja, hoffen wir einfach mal, dass jetzt nicht das tiefe Wellental hinterherkommt. Das kannst du nämlich auch haben. So, und jetzt bei 33. Wie schlagen wir denn auf? Schlagen wir die Pik Lusche auf, aufgrund der Reizung. Aber die ist blank. Und ich weiß auch nicht, ich habe danach ja auch auf Pik hinterher keine guten Abwurfmöglichkeiten. Vielleicht mit meinem Dreitrumpf wäre es besser, wenn Spieler zweimal zum Stechen kommt. Also versuchen wir es hier mit Kreuz. So, und wenn der ohne 2 ist, dann kann ich ruhig einmal tauchen und meinen Partner selber kommen lassen. Ja, er hat nämlich auch noch ein Kreuz. Dann brauchte ich das gar nicht selber überprüfen. So habe ich immer den Kreuzkönig noch gespart. Den siebten Kreuz, den kann ich jetzt bringen. So, und der Teil vom Plan ist schon mal aufgegangen. Fünftrumpf steht 3,3. Zumindest hat mein Partner mindestens 3. Ich gehe mal davon aus, beim Handspiel, dass es auch ein Fünftrumpfer ist. Der kommt hier also schon mal zum Überschlag. Ja, und jetzt wird es sich in der Beikarte ein bisschen zeigen, ob wir noch was bewegen können. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Wahrscheinlich doch erst bei meinem Partner. Also wenn ich Pik Lusche öffne, dann wird das wahrscheinlich mit der 10 nicht passieren. Dafür muss man hier auch sehen, Herz 10 stand blank bei meinem Partner. Und das bedeutet, ah, Herz Dame, König Wahn im Skat. Das bedeutet, also wenn ich Herz öffne, ist gleich die 10 weg, dann können wir auch nicht mehr gewinnen. Ja, und sowas auch nicht möglich. Pik Lusche wäre es also doch viel leicht gewesen, wenn mein Partner dann so spitz ist, im ersten Stich zu schnippeln und das Pik Ass direkt hinterher zu ziehen. Das wäre im Nachhinein die Möglichkeit gewesen. So, 3 Asse, 1 Bube. Natürlich sind das 18. Aber wenn die gehalten werden, dann sollte ich sie auch nicht übertreiben. Man findet ja nicht immer den fünften Trumpf und auch nicht jeder Fünftrumpfer mit zwei Seitenassen wird gewonnen. Wenn da wieder Gegenwehr ist, dann lassen wir Spieler 1 hier eben ziehen. Und der hat offensichtlich sehr gute Argumente. Oh, ist das wirklich ein 7-Trümpfer? Ich glaube irgendwie nicht, dass er jetzt schon mit Karo Lusche antritt. Gut, es könnte ein 7-Trümpfer sein, dann können wir sowieso nicht gewinnen. Aber Karo 9 und 7 sieht doch so aus, als ob noch da mit 10 beim Alleinspieler ist. Und ob er die jetzt gedrückt hat, ja, ich vermute eher nicht. Dann hätte er das vielleicht noch nicht ausgespielt und da kommt auch schon die Dame hinterher. Und Herz Asse bei meinem Partner sagt mir natürlich, riesen Chance jetzt hier die Karo 10 zu schnappen. Und so ist es auch. So, und wenn das jetzt ein 7-Trümpfer war, dann gibt es sowieso nichts mehr. Aber wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, dass mein Partner auch noch einen Trumpfstich in der Flosse hat. Und deswegen bei 49 Pik Ass mag ich jetzt auch nicht so richtig auspacken. Ja, wenn der Spieler selber noch die Pik 10 im Keller hat und eine Lusche, dann ist vielleicht Pik Ass der einzige Zug, der gewinnt, wenn mein Partner auch keinen Trumpfstich mehr hat. Aber ich spekuliere hier eher anders. Ich glaube schon, dass mein Partner auch noch einen Trumpfstich macht. Es muss ja auch nicht Pik 10 gedrückt sein. Ah, tatsächlich. Also erstmal die gute Nachricht ist, noch eine Pik Lusche dabei. Also einen Trumpf hat mein Partner noch. Und guckt euch das mal an. Es ist sogar nur ein 5-Trümpfer. Das heißt, dann muss doch mein Partner hier noch Stiche machen. Meine Güte, was war das denn bitte für ein schlechtes Spiel? Der sah erst so souverän aus und dann war das ein 5-Trümpfer ohne Seitenass. Allen Ernstes, was hat denn der gute Mann da gereizt? Da hätte er mich vielleicht bei 18 doch mal besser spielen lassen sollen. Das ist ja schon ein klassischer Nervenverlust, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, wo er gerade zwei Spiele gemacht hat, eigentlich gerade ins Spiel reingekommen ist. Also das hat mich nicht so überzeugt, aber so nehme ich natürlich ohne Risiko die 40 Punkte mit. Und das soll es doch jetzt werden. Aber nein, diesmal ist es Spieler 2, der meine 18 hält. Ja, und mehr ist es nicht. Weil ich die blanke Kreuz 10 habe und die blanke Pik Lusche, ist das auch kein guter Karohand. Und muss ich dieses Spiel wohl oder übel gehen lassen? Ja, und so viel kann ich schon mal verraten. Ich schaue dann ja schon hinterher auch mal rein. Kreuz Bube und Pik Lusche lagen im Skat. Das war jetzt sehr gut für Spieler 2. Für mich wäre es auch sehr gut gewesen. Spieler 2 hat hier wirklich einen ganz, ganz dürftigen Ansatz. Das ist die 18 gehalten. Also persönliches Pech für mich. Das hält jetzt nicht jeder Spieler. Spieler 2 hat es in dem Fall eben getan. Hat ausgesprochen passend gefunden. Wir sehen es ja auch. Jetzt hat er 6 Trumpf in der Flosse. Und hat auf Herz die blanke Kreuz Lusche abgeworfen. Das ist zumindest schon mal die Arbeitshypothese. Aus dem Drilling oder Zwilling hätte er eher nicht abgeworfen. Ja, und dann muss er natürlich noch 3 Karos dabei haben. Das heißt, die Entscheidung fällt sicher darüber, ob Karo Ass nun bei meinem Partner ist und der Spieler auf der 10 zu dritt steht. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Ja, und mein Partner hat hier meinen Trumpfzug auch noch nicht richtig interpretiert. Ich wollte natürlich nicht gleich selber mit Karo antreten müssen. Also nicht erst Kreuz 10 spielen, dann kommt Trumpf oben unten und ich muss selber mit Karo anwackeln. Das wollte ich lieber nicht. Also einen Trumpf Zwischenzug und jetzt die Kreuz 10. Das ist auch in Ordnung. Wir gewinnen nur, wenn Karo Ass bei meinem Partner ist. Ja, habe ich aber befürchtet. Das ist nicht der Fall. Irgendwas muss Spieler 2 ja auch haben. Karo Ass 10 in der Beikarte. Na gut. Es sieht so aus, als ob die Luft jetzt ein bisschen raus wäre hier. Aber das ist ja gar nicht dramatisch. Das ist natürlich deutlich über 500 Punkte aus 12 Spielen. Das ist ein sehr guter Start in dieses Turnier. Da lässt sich also drauf aufbauen. Vor allen Dingen lässt sich dann auch mit so einem guten Start dann ein bisschen taktisch spielen. Man muss dann nicht jede Kirsche mehr reizen. Man kann dann selbstbewusst sich ein bisschen die Rosinen rauspicken. So, aufgrund der Reizung öffne ich hier Herz. Sieht erstmal nicht so schön aus, Doppellusche. Aber es ist die kurze Farbe. Und wie gesagt, aufgrund der Reizung, Spieler 1, mein Partner passt auf 30. Das ist meistens die Herzreizung. Und wir sehen es hier auch. Insoweit war die Theorie schon mal richtig. So, nun gehe ich natürlich ran und hui. Ich wollte natürlich Kreuz As 10 jetzt hinterherziehen. Als Trumpf kurzer Mann. Aber mein Partner geht rüber. Ja, und das kann eigentlich nur bedeuten, dass es sich hier um einen 8-Trümpfe handelt. Also, sieht man natürlich nicht oft, aber ist hier wirklich der Fall. Das müssen 8-Trumpf sein. Hat kein Herz, hat kein Karo. Dann hat er natürlich 2 Kreuz. Wahrscheinlich jetzt noch den König. Also spiele ich jetzt einmal Trumpf Lusche zurück, damit mein Partner Kreuz König abtragen kann. Tut der aber nicht. Und das lässt natürlich nur einen Schluss zu. Kreuz König ist sogar noch gedrückt. Wir können mit Kreuz 10 hier unseren letzten Stich hinziehen. Und Ende der Vorstellung. Ja, auch 8-Trümpfer sind schon mal verloren worden. Aber dieser war natürlich zu gut. Auch wenn ich den Trumpfstich nicht rausnehme, werden wir dieses Spiel nicht gewinnen. Ja, und das ist erneut natürlich schade. Ich hätte hier noch einen Ansatz, mit dem ich gerne auch 18 für 18 das Spiel genommen hätte zum Karo. Aber beide sind wieder am Reizen. Also das ist hier nicht mehr mein Spiel. Das letzte Spiel der ersten 12 Spiele. Der ersten Miniserie macht Spieler 2. Erstmal keine Überraschung. Er spielt den Kreuz. So, das blanke Ass nehme ich raus. Und jetzt kommt die Frage. Herz oder Karo? Ich will es mit Herz mir noch nicht verscherzen. Gut möglich, dass Spieler 2 gar kein Herz hat. Das ist meine Vermutung. Aber dann kann er gegebenenfalls günstig abwerfen. Oder vielleicht hat er eben doch die Herz 10 besetzt. Also ich denke, mit Karo kann ich hier weniger verkehrt machen. Vielleicht steht bei meinem Partner ein blanker König. Oh, und das ist aber jetzt ungewöhnlich. Mein Partner hat gar kein Karo. Also viermal Karo beim Alleinspieler. Und mein Partner sticht auch nicht. Das überrascht mich. Denn das bedeutet ja, dass er an sich mindestens 3 Trumpf haben muss. Aber auch mit 3 Trumpf hätte er doch hier gut stechen können, um Pik hinterher zu bringen. Hat er vielleicht sogar 4 Trumpf? Eigentlich gibt es gar keine andere Erklärung. Karo Ass ist offensichtlich gedrückt. Ja, und jetzt kommt mein Partner doch dazu zu stechen. Und ach du Scheiße, das ist wirklich nur ein 4 Trumpfer. Mit 3 mal Pik dabei und 3 mal Karo an der Seite. Gut, okay, Trumpf 10 kann er hier noch verstechen. Aber das Spiel ist natürlich jetzt nicht zu gewinnen. Denn logisch, Herr 10 wird auch noch unsere Beute. Jetzt kann ich einmal Trumpf noch rüberspielen. Da kann er seinen letzten Boom noch nehmen. Und dann haben wir hier auch Rest. Also das war ja mal wieder gar nichts. 43 Augen. Und damit natürlich ein für mich sehr angenehmer Endstand dieser Serie. Die Gegner quasi auf die Matte geworfen mit 140 und 140. Ich selber knapp 600. So einfach kann es manchmal gehen. Obwohl hinten raus ja schon gar nicht mehr viel kam. Aber mit 3 fetten Spielen groß gepunktet. Und damit gehe ich ganz optimistisch in die nächste Serie. Und die sollt ihr dann morgen früh zu sehen bekommen. Bis dahin passt auf euch auf und gut Blatt. Bis dahin schooling. Untertitelung des ZDF, 2020